schönen guten tag jungens und mädels schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei nerdbomb ich bin bombo der gottfaser of trailer analyse ja ich habe mir heute wieder für euch zeit genommen um hier mehr oder weniger ein bisschen den 96 leider justice league trailer auseinander zu pflücken leider ein bisschen kleineren maße das heißt kein keine trainer analyse mit mehreren leuten weil eben für dieses gebiet was comic book movies angeht oder beziehungsweise ganz besonders hier so dieses leider die sie movies habe ich jetzt nicht so die gast talker an der hand das heißt ihr seid auch wieder gefragt wenn ihr da bock drauf habt schaut vorbei wer würde mich auf jeden fall freuen es sind noch zwei spots für die folgende review des schneider cuts auf jeden fall frei also melden 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 vielleicht finde ich ein paar gescheite leute wo man dann auch dauerhaft mal sowas in die richtung comic book movie talk machen kann ja schneider cut incoming wir alle wissen dass der schneider card mehr oder weniger kurz vor der tür steht es war bekannt dass bevor der schneider cut rauskommt noch mal so ein finaler trailer rauskommen soll was jetzt auch geschehen ist release date vom schneider cut ist der 18 märz das war im vorhinein schon so ein bisschen rausgesickert und ja jetzt ich bin derbe gehypt ich weiß nicht wie es bei euch aussieht schreibt es mal in die kommentare ich bin wirklich ein hardcore schneider fan das bedeutet nicht nur man of steel und sondern so wirklich alles wo er drin rum gewurschtelt hat den style den er hat das ist eben ein absolut visuell basierender filmemacher der hat mir schon immer sehr sehr zugesagt und auch die art und weise wie er das storytelling angeht was immer so ein bisschen ja würde ich sagen bei allem so einen düsteren hauch irgendwie mit dabei hat und eben so einen ernsten hauch das war schon immer so das ding was mich absolut fasziniert hat und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr sehr darauf dass er jetzt hier die chance bekommen hat natürlich seinen finalen cut raus zu bringen ich weiß natürlich nicht auf was für ein stand ihr seid was den schneider cut angeht ist ja durchaus so dass leider gottes durch eine familientragödie selbstmord seiner tochter der gute sex neider den film nicht beenden konnte es im hintergrund aber schon diverse querelen mit warner bros gab wo man ganz ehrlich glaube ich so gerade aussagen kann das sind schon ein paar dreck säcke wie sie sich da verhalten haben und auch tatsächlich jetzt noch ein stück weit verhalten es scheint nicht so die würde ich sagen filmemacher freundlichste company zu sein obwohl man das eigentlich immer so ein stück weit gegenteilig gehört hat weil ja unter anderem nolan so immer geschwärmt hat das wäre das beste studio aber ganz besonders wie sie sich sex neider gegenüber verhalten haben war schon immer fand ich teilweise sehr respektlos das setzt sich jetzt hier ein bisschen mit der kampagne von justice league fort weil sie tatsächlich justice league in sachen promotion nicht so pushen wie andere filme ihr habt das eventuell mitgekriegt es gibt jetzt nicht irgendwie die 5000 poster und clips und sonst irgendwas ganz viele länder wissen überhaupt noch nicht wie das aussieht jetzt wird bei uns hbo max kommen wird bei uns der snyder cut verfügbar sein wie wird das ganze ablaufen einfach nur aufgrund dessen dass warner brothers so ein bisschen versucht das ganze auch unter den teppich zu kehren was nachvollziehbarer weise so ist denn der snyder cut ist ein riesengroßes eingeständnis eines fehlers nämlich den film erstens in dem jahr noch rauszubringen wurde herausgebracht wurde also die original kinofassung und dann eben den so zu verändern dass er viel marvelischer wirkt dementsprechend ist der film absolut gefloppt und von ja den fans auch komplett zerrissen worden weil es eben nicht das ist was man wollte man muss ganz klar sagen sex neider ist jetzt nicht so der filmmacher der auf die breite masse gemünzt jedem gefällt also das heißt was er was er da abliefert für die matscheiben ist nicht unbedingt jedermanns ding das ist aber für mich auch so ein bisschen das was ihn eigenständig macht bzw was ihn so ein stück weit hervorhebt denn nicht alles was der mann macht findet die breite masse und das ist genau aus dem grund finde ich relativ gut weil es relativ speziell ist es relativ ernst er geht wirklich an viele themen finde ich sehr kreativ dran hat meistens so ein bisschen eine düstere lösung und besonders wenn es um comic book movies geht ist er was das source material angeht also die quelle mehr oder weniger wo man die informationen her holt sei es comic oder so ja findet da immer relativ coole verbindungen da stück stückchenweise die sachen von den comic pages wirklich auf die matscheibe zu bannen das ist teilweise schon echt fantastisch dementsprechend ich habe schon mal in einem justice league podcast gesagt bzw als die justice league angekündigt wurde von sex neider riesen fan von dem herrn riesen fan von seinem style für mich ist man of steel nicht nur einer der besten comic book movies aller zeiten sondern einer der besten filme aller zeiten ich liebe den film wirklich abgöttisch und dafür bin ich ihm schon sehr dankbar dicht gefolgt tatsächlich von batman was superman aber nur der ultimate cut auch da hat wonder brothers wieder ihren finger im spiel gehabt sie haben die originalversion derbe zerschnippelt die mochte ich nicht so aber der ultimate cut nachher der war tatsächlich so für mich das wahre würde ich jetzt mal sagen mehr oder weniger ja es kam jetzt schon die eine oder andere info raus bezüglich der länder die eventuell jetzt die möglichkeit haben ja auf hbo max zuzugreifen ich habe es euch am anfang gerade gesagt die meisten wissen es leider noch nicht ein paar infos gibt es für deutschland spezifisch leider noch nicht bei uns ist es so hbo läuft bei uns über sky das heißt der film wird wohl auch irgendwann auf sky verfügbar sein wenn man aber sieht dass jetzt erst wonder woman auf sky verfügbar wird dann weiß man auch dass es da sicherlich so ein doch schon die die schere so ein bisschen zeitlich auseinander geht also das wird nicht sofort zum 18 sein es wird dann wahrscheinlich nur die möglichkeit geben sollte wonder brothers den weg wählen dann direkt über google movies oder apple movies oder irgendwelche online stores wo man die filme eben kaufen kann eventuell den film direkt zu beziehen wobei ich glaube das wird ein bisschen später erst folgen weil sie natürlich wollen dass die meisten leute jetzt erst mal bei hbo max vorbeischauen die nach dem trailer direkt 35.000 neue abonnenten gewonnen haben was natürlich auch schon eine riesenzahl ist dazu kommt dass eben der trailer der meistgeschaute trailer aller zeiten für wonder brothers ist der zweitmeist geschaute sorry nach godzilla versus kong tatsächlich knapp 25 millionen in den ersten 24 stunden in den sozialen medien was schon echten brocken ist tatsächlich das passt alles wonder brothers nicht so wirklich auch wenn sie sich dazu nicht äußern sieht man das einfach weil wie gesagt sie fahren überhaupt keine werbekampagne alles was hier kommt kommt im prinzip so ein bisschen direkt von sechs neider selbst Deborah schneider seine frau war auch vor kurzem in einem interview und hat gesagt dass wonder brothers tatsächlich erst wollte dass sie den unfertigen die unfertige version was ja in dem sinne noch kein richtiger cut war veröffentlichen und die sich gott sei dank darauf geeinigt haben das nicht zu tun sondern eben dann doch noch mal geld in die hand genommen haben finde ich auch einiges besser weil so ein halbfertiges den ding wäre ganz okay gewesen aber das hätte man nie für voll nehmen können und jetzt hat man eben ein stückweiten vollwertigen film da kommen wir aber später dann auch noch mal tatsächlich drauf zu sprechen ja spannende geschichte was jetzt hier so passiert rund um den snyder cut ähm ich denke dass das eine sache wird die brisanz rund um den snyder cut und um sechs neider hat mit dem erscheinen des snyder cuts wahrscheinlich dann auch noch nicht wirklich abgenommen denn ähm ich gehe davon aus dass wird eine riesen welle mit sich ziehen positive welle sehr wahrscheinlich von den sechs neider fans besonders die das feiern die die sechs neider vorher nicht mochten die werden sich jetzt bei diesem film nicht bekehren lassen das aber okay man muss ja nicht alles mögen ähm und dementsprechend glaube ich könnte sich der druck auf warner brothers tatsächlich ein stück weit erhöhen sechs neider da wieder mit in das dc gedöns mit einzubinden denn das hat durchaus seine fans gefunden ähm warner brothers hat es als misserfolg gesehen dass batman vs superman nur knapp über 800.000 äh millionen 800.000 millionen mein gott ähm über 800.000 dollar eingespielt hat ähm sondern sie dachten so das wird so ein milliardenfilm was definitiv eigentlich auch im bereich des möglichen gewesen wäre wenn du batman und superman zusammen auf die mattscheibe packst aber ähm dadurch dass das cinematic universe noch nicht so etabliert war wie es jetzt marvel zum beispiel ist und eben auch nicht für jedermann war was klar war weil sex neider die filme macht war das trotzdem eine sehr sehr gute äh nummer und ich denke die würden sie sich jetzt wünschen bei dem anderen oder ein oder anderen film der jetzt noch rausgekommen ist shazam war zwar ganz okay aquaman ist durch die kinokassen gerauscht aber gerade solche sachen ähm ja wie jetzt der harley quinn film und sowas das war dann doch nicht so dass das ware qualitativ und auch nicht finanziell was dabei rausgekommen ist und dementsprechend bin ich mal gespannt wie lange sich ähm warner brothers da tatsächlich noch quer stellt eins ist auch klar bevor wir jetzt hier in die traileranalyse einsteigen will ich da nochmal kurz darauf zu sprechen kommen ähm warner brothers ist definitiv ein kackladen so wie sie das handhaben mit dem dc universe man hat überhaupt keinen plan mehr es kommt ein batman film mit patterson dazu kommt noch eine gossip rei dann kommt aber trotzdem der snyder cut raus dann weiß man aber nicht ob man das weiterführt aber es kommt ein flash film wo dann aber auf einmal der 89 batman mit drin ist und holy moly also ich glaube dass die kino zuschauer durchaus genug brain hätten so ein multiversum zu verstehen aber auch das muss man aufbauen und was warner brothers da macht du merkst dass da keiner dahinter ist wie ein kevin feige von marvel oder so der ein bisschen plan hat und das steuert ich würde mir natürlich wünschen dass zack snyder diese chance bekommen würde aber das ist sehr sehr unwahrscheinlich denn ich würde mal behaupten dass dieser snyder cut überhaupt kommt ist äh tatsächlich der pandemie zu verdanken weil eben händeringend gesucht wird was konnten was können wir jetzt auf unseren streaming service packen und was wollen die fans und eben die fans das ein stück weit gefordert haben im kurzen ausriss aber auch noch mal zu den fans das tatsächlich eine bewegung die relativ viel wirbel gemacht hat das heißt auch relativ viel für suicide prevention gesammelt hat das heißt so vorbeugende maßnahmen für suizide das heißt um das zu vermeiden da wirklich viele spendengelder gesammelt haben was eine tolle geschichte ist wie ich finde und sich eben für sechs neider extrem eingesetzt haben was auch toll ist so eine passion hat aber in der regel auch eine dunkle seite und die dunkle seite ist dass sich unter diesen leuten sehr 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 viele trolle tummeln und sehr sehr viele leute unwahrheiten und hass verbreiten und auf leute einschlagen die damals gesagt haben bohr den snyder cut gibt's gar nicht und die werden dann wie die sau durchs dorf getrieben mit dem mist gabeln und also wirklich ganz ganz schlimm wie es aber in jedem fandom drin ist die leute die kein brain haben und einfach nur irgendwie hinterher rennen und irgendjemand anzünden wollen wie der joker gesagt hat manche leute wollen beziehungsweise alfred gesagt hat manche leute wollen die welt einfach nur brennen sehen und dazu gehören die teilweise auch wenn wenn manchmal so das ein oder andere gute auch hinten raus springt ist es meistens doch sind das sehr sehr toxische fandoms und das war hier tatsächlich auch der fall oder ist es noch denn nach wie vor ist klar es gab nie ein snyder cut es gab eine rohfilm fassung ohne fertiges cgi ist ohne fertiges sound design junkie xl hat den soundtrack angefertigt der wurde aber niemals in den film richtig implementiert außerdem gibt es oftmals noch ein line up für die filme das heißt die schauspieler sprechen noch mal drüber die lines weil die vielleicht unverständlich waren und diese ganzen sachen sind nicht passiert das heißt es gab kein fertigen film es gab eine rohfassung mit verschiedenen schnipseln die zusammengepuzzelt wurden was niemals ein cut war und das ist ja das worum sich dann viele gestritten haben ganz viele haben gesagt klar es gibt den snyder cut der ist fertig und ist bei ihm irgendwie den könnte er sofort veröffentlichen und es gibt leute die haben gesagt sorry leute es gibt unfertiges unfertiges filmmaterial und das muss er erst mal fertigstellen und im endeffekt dass die leute heute noch drüber diskutieren da sieht man dann auch mal wie viele idioten da teilweise leider gottes unterwegs sind denn der gute sex leider hat jetzt die letzten monate nicht auf den film rollen gesessen und hat die massiert sondern natürlich musste er den film erst fertig drehen und sound design fertig machen und hat sogar extra szenen nachgedreht das ist ja alles fakt jetzt das kann man nachlesen aber trotzdem bestehen diese bekloppten da noch drauf dass damals so viele in den medien unrecht hatten die gesagt haben es gibt den snyder cut nicht es gab ihn auch nicht es gab eine rohfassung von film schnipseln die zusammen gepuzzelt waren daraus wurde jetzt der snyder cut gemacht so und da gibt es schon definitiven unterschied nichtsdestotrotz lasse ich mich eigentlich von solchen fandoms auch in der regel nicht einspannen beziehungsweise irgendwie ja wie soll ich sagen mit von karren spannen denn ich liebe sex leider ich liebe seine filme ich finde es total toll was er mit dem DC universe gemacht hat und das zählt für mich und was alle anderen da außenrum draus machen ist mir eigentlich scheißegal das einzig positive was ich aus diesem fänden raus ziehe es eben dass sie sich wirklich so organisiert haben um da warner brothers feuer unter dem hintern zu machen um den film zu machen nur wie gesagt um so man kann alles verdoppeln das was sie gutes gemacht haben mindestens so viel doppelt haben sie ja hass und toxische toxische geschichten im internet verbreitet von daher ist das immer ein bisschen schwierig ich versuche aber auch hier das positive rauszuziehen und es ist eben nur dadurch haben wir jetzt auch ein stück weit diesen cut bekommen wo sex leider noch mal dran arbeiten durfte ja dementsprechend würde ich sagen wir steigen da rein ich möchte eine kurze warnung noch mal abgeben was jetzt den trailer angeht ich weiß sehr viel über den cut und das nicht weil sex leider bei mir zum abendessen war sondern eben weil sex leider bevor es klar war dass er diesen cut veröffentlichen kann auf ganz vielen conventions ganz ganz viele möglichkeiten über vero was auch so ein portal ist in den sozialen medien ganz ganz viele artworks veröffentlicht hat oder storyboards oder selbst erzählt hat was wie wo passiert und das inzwischen bestätigt ist und das werde ich so ein bisschen hier mit einfließen lassen das heißt wenn ihr bis nächsten monat nicht ganz so viel internes wissen wollen was so die story angeht dann hört es euch danach noch mal an das fände ich auf jeden fall sehr cool ansonsten ja müsst ihr damit klarkommen dass definitiv so das ein oder andere genauso passieren wird wie es da passiert bevor ich losleg mache ich mal was ich selten mache so dieses standard youtube ansage ding und sagt wenn ihr auf sowas öfters bock habt wäre es total cool wenn ihr einen daumen oben da lasst drückt auf die glocke damit ihr wisst wann mal wieder was von mir kommt und abonniert natürlich auch und wenn ihr einen kommentar da lassen wollt wäre auch sensationell und wenn ihr absolute nerd bombler seid dann könnt ihr natürlich auch kanal mitglied werden das wäre mega cool ja ich würde sagen ab geht's der superman wartet und wir starten hier mal rein denn ne dark side is coming und dementsprechend wollen wir loslegen apropos dark side ich finde es auch immer wieder krass jedes mal wenn man irgendwie ja sich so videos oder so anguckt hört man wieder unterschiedlich ausgesprochen wird der eine sagt dark side der andere sagt dark side also wird ja nicht so geschrieben wie side die seite mehr oder weniger im englischen sonst wird ja eid geschrieben glaube ich wenn ich mich jetzt nicht vertue könnte also auch dark side dann ausgesprochen werden wie es manche tun aber ich denke umgangssprachlich sagen die meisten dark side und das hört sich eigentlich auch am coolsten an viel besser als dark side das hört sich irgendwie total panne an ja ich würde sagen wir starten direkt ein und das bild das ihr jetzt hier vor euch seht das ist tatsächlich auch so das erste bild das uns gezeigt wird in dem trailer und da muss man ganz ehrlich sagen abgesehen von diesem bild diese sound untermalung schon wieder womit dieser trailer direkt rein startet leute 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 hört auf das ist schon wieder so episch ich krieg schon so gänsehaut wenn ich nur drüber nachdenken wie der trailer wieder gestartet ist sensationell ich denke die meisten von euch haben natürlich die szene erkannt das ist die endszene von batman vs. superman als der gute superman sich opfert und eben von dem doomsday erstochen wird das sieht man später noch ein bisschen besser und das ist dann so sein letzter ja sagen wir mal verzweiflungsschrei oder todesschrei den er da ausstößt und so wird der film wohl auch ist es jetzt bekannt direkt starten mit dieser szene denn die ist auch noch ein stück weit relevant für das was jesse eisenberg als lex looser am ende von batman vs. superman gesagt hat und wir hier tatsächlich jetzt auch noch mal als voiceover dann bekommen denn wie wir hier auch auf dem ersten bild sehen können und das sehen wir vielleicht auf dem nächsten noch mal besser hier sieht man aber auch wie auf jeden fall die farbgebung ist schon wieder sensationell sehen wir dass der gute superman eben hier so in seiner finalen zähle szene ein schrei loslässt und dieser schrei und hier kann es am besten sehen noch mal tatsächlich so eine art druckwelle auslöst die so durch das gesamte trümmerfeld geht dann sehen wir noch ein paar shots wie sie übers wasser schießt und so mal gucken ob die ob ich die hier auch noch habe hier sieht man noch mal wie die druckwelle so durch die trümmer geht und das ist tatsächlich ja wird mehr oder weniger verfolgt von einem voiceover von lex looser der dann sagt die glocken wurden geläutet und man hat sie gehört der gott ist tot was natürlich ein stück weit darauf hindeutet was er auch damals im gefängnis gesagt hat im batman vs. superman nämlich dass inzwischen bekannt ist hallo der kryptonia ist gestorben oder in anführungsstrichen der gott ist gestorben und das ein stück weit vielleicht auch die tür öffnet für die ein oder anderen ja streitkräfte die jetzt versuchen da auf der erde einzumarschieren und ich kann mir gut vorstellen dass diese szene sich so auch so ausspielt dass eben diese druckwelle immer weiter geht und dass wir vielleicht auch sehen wie sie die erde verlässt und dann so ein stück weit ins in weltraum rausgeht und das vielleicht dann auch ein stück weit das signal sein wird hier so für stepmolf hier übrigens tür ist offen kannst du mal reinkommen oder vielleicht sogar ein stück weit diese druckwelle von der mother box aufgenommen wird und so eben diese informationen übermittelt wird das bleibt auf jeden fall total spannend aber eine geile 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 szene direkt zum anfang mit so einer schönen epischen musik und richtig geil wo ich noch gar nicht darauf eingegangen bin das will ich hier noch kurz mit einstreuen ist natürlich so die ratio dieses films also das heißt in welchem format wird es schauen werden was ihr jetzt seht ist nicht umsonst 4 zu 3 denn inzwischen es gibt noch keine offizielle offizielle bestätigung sieht es tatsächlich so aus als würde der film in 4 zu 3 veröffentlicht das ist dem sex leider sein lieblingsformat tatsächlich und ich bin sehr überrascht wenn der so kommen würde weil ab und zu finde ich es doch mal ganz gut wenn ich sag mal so ein regisseur braucht seine freiheiten und wirklich auch viele freiheiten aber ab und zu muss auch mal einer hinter ihm stehende studio oder so ihm sagen hier kommt trainnet komplett durch denn mit dieser aspect ratio die wir hier haben haben wir so ein kleines problem die ist für einen imax das auf so ein format ausgelegt ist sensationell bei uns auf den fernsehern wird es aber so erscheinen wie es hier seht das heißt links und rechts ein schwarzer rahmen so jetzt nur mal für das verständnis der ein oder andere von euch wird das bestimmt nicht wissen das bedeutet nicht dass uns links und rechts was vom bild fehlt sondern wir haben mehr bild als bei dem normalen kinobild das wir sonst haben oder bei dem normalen 16 zu 9 bild denn das was ihr hier seht ist mehr oder weniger ein rausgesumtes bild das heißt in dieser 4 zu 3 ratio die wir jetzt haben sehen wir oben und unten viel mehr als auf dem normalen kinobild und sollten wir jetzt in das bild rein zoomen tatsächlich ne und ich versuche jetzt mal ob ich das ein stück weit machen kann so wie es hier jetzt seht so würde das dann aussehen also zack wenn reingezoomt wird das ist das bild was wir eventuell sehen würden hey das ist unsere kinoversion und in der 4 zu 3 ratio ist es mehr rausgesumt das heißt wir haben hier definitiv mehr bild oben und unten dafür haben wir aber leider gottes diese balken ich muss sagen solange jetzt irgendwie oben und unten nix story relevantes passiert hätte ich das gerne schon lieber so gehabt dass ich fullscreen habe so wie das bei dem ersten avengers movie ist oder teilweise auch bei aquaman ist das mag ich tatsächlich sehr gerne besonders für solche opulenten filme sollte es jetzt so rauskommen komme ich natürlich auch mit klar vielleicht zu mich auch einfach rein da fehlt mir oben und unten ein kleines stück und dann werde ich so regulieren dass ich aber trotzdem die wichtigsten szenen drauf habe aber es trotzdem so genießen kann mich will auf der anderen seite kann ich mir nicht vorstellen dass warner bros das absolut genehmigen wird auch wenn es dann auf dem datenträger erscheint oder auch zum kaufen online dass es nicht die möglichkeit gibt das eben auch ganz normal auf unser fernsehformat umzustellen schauen wir mal wie es kommt im endeffekt bin ich aber einfach nur froh dass der film erscheint sollte das dann der fall sein okay man muss sogar sagen sex neider ist komplett durchgedreht und hätte es am liebsten in schwarz weiß gehabt weil das ja so die variante war wie er es auch immer auf seinen rechner hatte und jetzt den leuten immer gezeigt hat da bin ich auch froh also wie gesagt ab und zu mal die handbremse ziehen ist bei filmen machen auch nicht schlecht denn ich finde das wäre definitiv auch nichts für mich gewesen ja also hier noch mal das trümmerfeld gehen dann weiter nachdem wir auch gesehen haben wie die druckwelle so über den ozean geschossen ist und sehen dann hier themis gera glaube ich heißt es ja ich habe immer ein bisschen probleme irgendwie mit es im kopf zu ballen themis gera und ich glaube sie heißt hypo hypo leite oder hypo kann happy hippo hier unsere unsere königin von themis gera happy hippo steht hier an der klippe und guckt so ein bisschen in die ferne was wir allerdings erst im nächsten shot sehen ist dann dass der hier der tempel mehr oder weniger abrutscht und die klippe runter fällt was ihr hier sehen könnt tatsächlich ist erst mal hier steht happy hippo und die ganzen soldaten ich gehe davon aus für alle die die natürlich auch den die kino version kennen passiert das nachdem steppenwolf hier die mother box geklaut hat sehen wir ja auch dass diese wachen dann da mehr oder weniger die stützen mit hammern wegschlagen damit die türen so runter geht ich gehe davon aus dass in sechs na das version diese stützen dafür waren das einstürzen zu lassen dass das ganze ding in sich zusammenfällt das heißt er wird wohl trotzdem eben die mother box bekommen haben und das ding ja mehr oder weniger stürzt dann ein ich hätte persönlich glaube ich als ganz geil empfunden wenn das so eine sicherheitsmaßnahme an sich gewesen wäre also dass da steppenwolf gerade drin ist während das ding absäbeln und das runterfällt und er dann aber irgendwie noch aus den trümmern raus gejumpt kommt die klippe hoch oder so das wäre natürlich auch geil aber ich glaube so wird es nicht sein denn was ihr hinten so ein bisschen schemenhaft sehen könnt sind definitiv noch tote amazonen und pferde und so die da liegen das heißt es wird durchaus nach der auseinandersetzung gewesen sein aber da bin ich sehr gespannt sieht auf jeden fall sehr geil aus und ich mag auch total dieses color grading das sex na der jetzt hier wieder hat er ist ja bekannt dafür viele meckern immer das ist so viel grau drin aber das ist eben überhaupt nicht so er hat so ein spezielles color grading einfach was so ja man weiß einfach sofort das sex na der und ich stehe da tatsächlich total drauf okay gehen wir mal weiter und ja ich muss auch schon sofort lachen wenn ich hier den shot sehen ich gehe mal davon aus 90 prozent der leute die den shot gesehen haben mussten auch sofort lachen weil für alle fans von batman was superman dem ultimate cut oder an sich batman was superman wobei für mich gibt es nur den ultimate cut ist natürlich die nightmare szene einer der absoluten highlights und der nightmare batman ist natürlich sensationell weil das einfach so eine geniale storyline ist ich will euch mal so viel so ein bisschen input geben noch mal was diese nightmare szene angeht laut storyboards von sex na da soll das ungefähr fünf jahre nach den events von justice league spielen diese zukunft die wir hier sehen und die ist dadurch entstanden dass ja dark side superman oder seine kontrolle bringen konnte wahrscheinlich durch diese anti life equation die mehr oder weniger so ja dafür sorgt dass dark side charaktere kontrollieren kann das allerdings nur wenn die charaktere so ein bisschen mental geschwächt sind und zu dieser mentalen schwächung hat wohl beigetragen dass louis gestorben ist und dadurch superman eben anfällig wurde für dark side für diese gedanken kontrolle ein stück weit laut storyboards wissen wir jetzt auch es wird wohl nicht in diesem justice league passieren sollte sondern sollte im nächsten justice league passieren gucken wir mal bin ich gar nicht so sicher dass mehr oder weniger in dem film ist so sein wird dass batman die gute louis lane in der bett höhle in sicherheit bringt und dark side dann mit einer boom tube sich da rein beamt und eben lose lane tötet superman ihn dann dafür verantwortlich macht dass dann übrigens auch die szene aus batman was superman wo superman zu batman sagt sie war meine welt und du hast sie mir genommen eben weil er sie nicht beschützen konnte und das eben von vornherein so der plan war von sex leider ja wie man das denn so gestalten könnte dass superman eben ein bisschen am rad dreht was ja tatsächlich auch so ein bisschen die gods among us storyline ist die wir durchs videospiel oder auch die comics kennen und die ja tatsächlich sehr sehr geliebt wird und ich mal ganz ehrlich hätte uns einer vor zehn jahren gesagt hier übrigens du wirst irgendwann mal einen film sehen wo batman in einem ledermantel mit einer mg in der hand rumläuft und mit joker zusammen und das stroke versucht ja dark side den gar auszumachen der superman oder seine kontrolle hat werden alle willst du mich rollen und genau das ist die ein für mich immer noch die reaktion ist so bad es ist so cool einfach mal so eine story zu haben so ein universum zu starten wo es schon so viel story gibt die sich nicht erst entwickeln muss sondern die man entdecken kann das ist einfach einmalig und ich liebe es tatsächlich sehr ich für meinen teil hau schon mal die theorie raus dass ich glaube dass der film damit enden wird dass wir uns in diese storyline begeben und dass der film auch eventuell damit enden wird also hier justice league das eben los stirbt und tatsächlich von dark side getötet wird ist eine theorie aber zumindest gehe ich davon dass der film mit so einem mindfuck nenne ich es jetzt mal enden wird wo wir dann uns auch in die richtung dieser nightmare szene mehr oder weniger begeben denn ich glaube dass es eine zukunft ist die ein stück weit unvermeidbar ist aber dann durch einen kleinen kniff von flash vielleicht doch noch in die richtige richtung gerückt werden kann und da bin ich mal tatsächlich sehr gespannt stellt euch mal bitte einen kompletten film in dieser in diesem szenario vor das wäre einfach ja absolut fantastisch wir sehen also in diesem fall noch mal unseren guten nightmare batman der hier durch die trümmer der stadt läuft wie wir hier sehen können ist dark side ordentlich dabei eben die erde zu terraformen wie er es eben so macht das heißt er möchte auch aus der erde ein apocalypse machen so wie sein heimatplanet da heißt und eben dass ja die erde so ein bisschen in den schutt und asche legen und das tatsächlich schon wie ich finde ein stück weit eine krasse vision und ich denke dass hier auch definitiv noch zum tragen kommen wird dass eben aus der zukunft heraus eben durch joker und deathstroke und cyborg der ja auch noch lebt batman so versucht eben barry allen zurück zu schicken was er ja auch wie wir in batman was superman gesehen haben geschafft hat oben eben die vergangenheit in die richtige richtung zu rücken dementsprechend glaube ich wir sehen zwar wie diese situation eingetreten ist dass wir zu dieser nightmare timeline gelangen aber ich glaube wir sehen dann auch tatsächlich wie batman oder bruce aus der zukunft es schafft die ein stück weit zu verändern und wir kommen dann auch noch mal was zukunft verändern oder vergangenheit verändern angeht noch mal drauf zu sprechen denn da gibt es einige indizien und man weiß schon das ein oder andere aber hier auch wieder sensationeller shot mein gott ich weiß gar nicht was ich sagen soll ich lieb einfach dieses universum was sex leider da implementiert hat abgöttig okay wir gehen ein zweiter und da sehen wir unsere gute diana die hier wie es aussieht in griechenland ist ein pfeil in der hand hat und das ist hier ein pfeil den happy hippo abgeschossen hat um zu zeigen hier übrigens der kollege mit der hörner war hier und hat die mother box mitgenommen ist eine szene die wir so ein stück weit ja auch gesehen haben in der kinofassung die hier allerdings doch noch mal komplett anders sich ausspielt denn achtet mal auf das outfit von diana sie ist nachher noch mal in diesem outfit in einer ganz speziellen szene zu sehen denkt denn ich denke an diesem ort wo sie diesen fall gefunden hat gibt es auch noch einen eingang wo sie was ganz anderes findet und das ist eben das hier das heißt so ein bisschen alte malereien inschriften an den wänden wo eins ganz klar zu sehen ist hier sehen wir noch mal ihren sehr erschrockenen blick denn verdammt jetzt ist es hier gar nicht mehr drin doch da haben wo der gute dark side dann einfach mal und hier sehen wir auch ne so ich gehe mal davon aus das ist auch so altgriechisch was da steht wir eben sehen dass der gute dark side damals hier auf der erde war und das hier so ein bisschen niedergeschrieben ist denn er hat es ja schon mal versucht die erde zu unterjochen ist aber durch die vereinten völker völker der erde dann aufgehalten worden das heißt die amazon die atlanter wie heißen die atlanta anklan atlantiaten die atlanta die atlanta so mit aufgehalten haben und natürlich die menschen und green lanterns mit dabei waren und tatsächlich so in anführungsstrichen die alten götter mit toys etc da so mit am start waren ja total spannend da entdeckt sie so ein bisschen diese story die die sie dann ja auch ein stück weit in der kinofassung zum beispiel bruce erzählt hat als sie dann so am see unterwegs waren die wird wohl hier aber ein stück weit dieser flashback anders stattfinden direkt danach sehen wir dann aber auch tatsächlich was dieses wandrelief ein stück weit angekündigt hat denn wir sehen hier was ich derbe geil finde tatsächlich so eine art man kann schon fast sagen kathedrale oder kirche wo so ein langer steg entlang geht und am ende dieses stegs sehen wir übrigens hochhäuser die in flammen stehen wir sehen diese flammen tornados die von diesen raumschiffen von dark side ausgelöst werden eben um das terraform zu machen und wir sehen hier tatsächlich links und rechts die parademons die so ein bisschen alle auch in die knie gehen während dark side vorbeiläuft ganz geil bei diesen parademons ist ja übrigens auch und da bin ich jetzt total gespannt wie sehr sie das implementiert haben wir zeigen die parademons wie ich finde auch typisch die sie so richtig düster gemacht die werden ja grundsätzlich immer assimiliert aus dem volk mehr oder weniger dass sie da dem sie den gar ausgemacht haben und daraus wird dann mehr oder weniger aus dem überbleibsel dieses volk werden dann diese parademons 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 und dementsprechend sehen die auch teilweise unterschiedlich aus da kommen wir noch mal drauf zu sprechen denn es gibt unter anderem die parademons die wir aus dem trailer hier schon kennen zu justice league wir kennen aber auch parademons die in batman was superman tatsächlich ganz anders aufgetaucht sind ein bisschen schlachsiger und so und das liegt wohl auch an der grundform des volks ja das assimiliert wurde dann ein stück weit wir sehen hier tatsächlich dann dass dann noch mal zwei charaktere hinter dark side laufen und da bin ich auch ganz ehrlich da bin ich nicht so weit in dem thema drin dass ich euch über die charaktere viel sagen kann man weiß hier ich glaube er heißt das hat wenn mich nicht alles täuscht und sie heißt hier irgendwas mit granny granny irgendwas ne die in den comics auch irgendwie eine ältere dame ist aber ich wie gesagt so sehr bin ich in diesen comic lines nicht drin dass ich mich da so sehr auskenne ich kenne sehr viele storylines rund um dark side aber was jetzt sage ich mir sage ich mal b oder eventuell sogar c charaktere angeht bin ich da nicht so ganz drin man weiß hier diese alte kuh die ist ziemlich übel drauf liebt das foltern und so das weiß man und das hat ist hier so ein bisschen ich hoffe ich spreche ihn richtig aus ansonsten werdet ihr mich sicherlich verbessern ähm ist so ein bisschen ja die rechte hand äh vom dark side im wahrsten sinne des wortes hier an der rechten hand und führt so ein bisschen seinen willen aus und wir sehen ihn tatsächlich jetzt nochmal später dann auch hier muss ich dazu sagen leute ist das design von dark side brutal junge ist das gut ich brauche den dark side in 1 zu 6 guckt euch dieses biest an oh shit oh mein gott wisst ihr was der alarm macht wenn der auf die erde kommt heilige scheiße ist das grandios der sieht so mega aus wir haben hier hinten übrigens was man auch nochmal sieht so überall diese ganzen omega symbole was natürlich so ne dieses typische dark side symbol ist was man hier auch auf seiner brust sieht ähm aber mit den glühenden augen und alles ist der hammer wir kennen ja auch die szene wo äh wir diesen flashback sehen wo er das erste mal mehr oder weniger auf der erde ist und seine streitkräfte dagegen die streitkräfte der erde führt und verliert aber auch da war er ja noch nicht per se dark side sondern hieß juxus oder juxus wird er ausgesprochen und war noch nicht auf diesem level wo er jetzt hier ist hier ist er jetzt natürlich holy moly mit dem will sich jetzt wahrscheinlich in diesem moment keine anlegen und das auch definitiv zu recht denn der kollege sieht alles andere aus als wer mit ihm gut kirchen essen der sieht aus als würde hundewelpen frühstücken also ähm ja sehr sehr geil hier in dieser szene wir ich habe leider noch eins zwei negativbeispiele aber finde ich auch das cgi sieht derbe geil aus es gibt leute die flennen das cgi sehr aus wie keine ahnung beim schlechten videospiel da kann ich leider nur sagen äh das sind dann leute die versuchen irgendeine keine ahnung die versuchen bewusst irgendwelche kriegpunkte da rein zu drücken weil das absoluter bullshit das sieht phänomenal aus was halt krass ist es gibt so eine verschwörungstheorie wo man sagen muss hey vielleicht ist was dran ist schon ziemlich abgedreht aber ich finde es spannend denn jeff johns der unter anderem ja eine ganze zeit lang die führende person in sachen die sie filme war und mit sex neider zusammen diese ganzen filme entwickelt hat ist sehr gut befreundet mit unserem guten kevin feige die leitende persönlichkeit in sachen marvel filme so das heißt wir haben hier ganz viele storylines die ähm vorher schon geplant wurden bei justice league und fest im skript standen die aber nachher genauso umgesetzt wurden tatsächlich in einem avengers film das heißt ähm äh ja zum beispiel dark side der sich mit einer boomtube in die betthöhle beamt und dann luis tötet ähm tanos der sich dann auch durch so eine art boomtube dann mehr oder weniger zu wischen und scarlet witch beamt und dann wischen tötet mehr oder weniger um äh dann seinen stein zu bekommen also es gibt so viele kleinigkeiten die sich relativ nah oder die relativ nah beieinander sind dass tanos verschiedene welten angegriffen hat und dann immer versucht hat ja ein stück weit den gar auszumachen auszulöschen das war eine storyline die war hier ganz sicher für tanos implementiert aber sagen wir mal so es ist ja auch nichts neues 90 prozent 90 prozent übertrieben aber viele 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 der ähm marvel charaktere äh basieren teilweise auf vorbilder im dc universe und dementsprechend ähm äh ehne da auch viele motive oftmals ähm dem na was ich jetzt auch nicht für ultra schlimm heiße ne ist nur so eine abgefahrene geschichte ähm wo man doch schon sagen muss äh da wird man ein bisschen hellhörig aber ey der kollege sieht hier geil aus dass meine kommentare eure meinung wie ihr findet wie der aussieht ich finde den typ absolut Blutbrachial gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. 1 zu 6 aus dem Hause Hottoys. Leute, 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 bezahle ich 600 Euro für den Typ. Hauptsache, der kommt genau so. Und dann stellt euch noch mal vor, mit Diecast-Rüstung. Wird das passieren, aber Baby, das wäre so nice. Okay, dann gehen wir noch mal weiter. Dann haben wir hier tatsächlich so ein bisschen eine Szene, wo wir auch schon wieder die Unterschiede sehen zu der Kinofassung. Also erst mal haben wir hier so eine Steintafel, wo dieser Dassat oder wie der ist, wie er heißt, eben die rechte Hand von Darkseid, so rausgebeamt wird. Und hier sehen wir, wie eben dieses Hologramm dann auch so funken- oder lavaartig fast runterströmt. Das ist sehr geil gemacht, weil das in derselben Art und Weise gemacht ist, wie bei dem Ultimate Cut Steppenwolf mit Lex Luce erredet. Nämlich in so komischen Pixeln und total abgefahren. Hier sogar ein Stück weit brennend. Und hier sehen wir dann tatsächlich unseren Steppenwolf, der vor ihm kniet. In der Kinofassung hat er tatsächlich vor der Motherbox gekniet und hat mit ihr gesprochen und hat immer total weird Mutter, Mutter, also total abgefahren. Hat Sexneide schon gesagt. Gott sei Dank, da wird nichts von Mutter geredet. Das war total Banane, was sie da gemacht haben. Und hier könnt ihr auch noch mal sehen, was ich gesagt habe. Wir haben hier zwei Arten von Parademons. Wir haben hier einmal die mit diesen schlachsischen Beinen, die doch schon so ein bisschen, würde ich fast sagen, krass insektenartig aussehen. Und dann haben wir doch schon so die Variante, die ein bisschen humanoider aussieht, die wir eben auch ganz besonders aus dem Kinofilm kennen, aus der Kinofassung von Justice League und auch hier in den Trailern schon gesehen haben. Ja, unser guter Steppenwolf hat auch ein Redesign bekommen. Da kommen wir noch mal drauf zu sprechen. Denn da haben wir jetzt mehr oder weniger auch ein kleines Close-Up. Wie wir hier sehen können, hat der gute Steppenwolf eine Ganzkörperrüstung an, wo ich finde, diese Rüstung ist ganz klar overdone. Das heißt, die ist too much mit zu vielen Stacheln und was weiß ich. Das wirkt meiner Meinung nach zu CGI-isch. Wenn das zu ist und inzwischen ist das CGI dann auch noch um einiges besser, sieht es inzwischen cooler aus als vorher. Aber es ist eventuell einfach ein bisschen too much, weil es sieht so aus wie so eine T-1000-Rüstung mehr oder weniger oder Tony Stark mit so flüssigem Metall, was mehr oder weniger so hoch fließt. Es wirkt irgendwie sehr CGI-isch meiner Meinung nach. Vielleicht hätte das Metall auch ein bisschen mehr Rost gebraucht oder an sich diese Rüstung nicht zu viele kleine Spitzen haben sollen, weil es sieht einfach too much aus. Ich finde den Look hier tatsächlich sehr geil, wo man unten drunter tatsächlich auch mal so seinen Skin sieht, seine Haut sieht und dann eben in Verbindung mit der Rüstung sehr geil. Und wenn ihr das in bewegten Bildern seht, dann seht ihr tatsächlich auch, dass dieser Schulterpart und so, den ihr hier seht, immer weiter runterfährt, ne, ein Stück weit. Und wir dadurch, hier könnt ihr es sehen, ne, hier ist fast die ganze Brust jetzt frei, während er sich verbeugt und die ganze Schulter, ähm, die passt sich eben seinen, äh, beziehungsweise seinen Bewegungen an oder was auch immer er vorhat. Und wahrscheinlich, wenn er in den Kampf geht, dann fährt das ganze Ding hoch und fährt alles zu. Das sieht schon abgefahren aus. Ich mag auch tatsächlich, dass wir jetzt wirklich das Design haben von Batman vs. Superman, weil jetzt ergibt das auch viel mehr Sinn, ne, mit der Szene, die Lex Luthor da hatte, was vorher einfach ein bisschen komisch war. Ich mag das, ich mag's, ich find's, ich find's sieht cool aus, ich find's CGI sieht cool aus, ich find in kompletter Rüstung sieht's manchmal ein bisschen wonky aus, der gute Kollege, ähm, aber, äh, gucken wir da mal, wie es wirklich im fertigen Film wirkt. Ähm, ich denke, dass man hätte das definitiv vom Design ein bisschen runterfahren können, da wäre ein bisschen weniger mehr gewesen, aber wie gesagt, fertigen Film angucken, hier find ich's tatsächlich ganz geil. Okay, wir gehen nochmal eins weiter vor und da sehen wir tatsächlich dann auch nochmal so diese ganze Amazonen, äh, Armee, die mehr oder weniger zur Rettung der Motherbox unterwegs ist. Die Steppenwolf dann ordentlich aufmischt. Hier muss man sagen, äh, wenn man das in Bewegung sieht, okay, in den Standbildern sieht man dann schon, dass das sehr CGI-ig ist. Also, es sieht schon fast aus wie ne, wie ne Tapete da hinten, ne. Das sieht man schon und ich glaube tatsächlich auch, dass das jetzt auch diesem, sagen wir mal, runtergeschraubten Budget, es wird von 70 Millionen die Rede, äh, oder es ist die Rede von 70 Millionen, die hier nochmal reingesteckt wurden, 70 Millionen Dollar. Ähm, man wird, es wird aber auch gemunkelt, dass es trotzdem ein bisschen mehr sind. Ich denke, hier wäre deutlich mehr gewesen, um das auf dem CGI-Niveau von Man of Steel zu hieven oder Batman vs. Superman. Weil eins kann man sagen, egal wie sehr man, ähm, Batman vs. Superman oder Man of Steel eventuell nicht mag, das CGI war besonders bei Man of Steel einfach nur atemberaubend, ne. Und, ähm, da hoffe ich, dass sie hier ähnlich an das Niveau rankommen. Ich hab aber ein paar Shots schon gesehen, wo man ganz klar merkt, da mussten sie Kosten sparen und in Bewegung wirkt das auch sehr gut. Nur jedes Mal, wenn du davon so einzelne Screens machst, dann kommt sowas viel mehr zur Geltung, wenn's eventuell das ein oder andere Problemchen hat. So, dann gehen wir mal weiter und dann sehen wir hier, das ist tatsächlich ein Shot, den gab's auch genau so in der Kinofassung, ähm, wie die Parademons hinter, äh, den Amazonen her sind, die die Motherbox haben. Und dann sehen wir den guten Steppenwolf, der mit so einem riesen Jump dann auf, äh, und hier sehen wir nochmal sehr geil, denn das war tatsächlich in der Original-Justice-League-Version auch nicht oder in der Kino-Version, dass das wirklich so eine krasse Elektro-Axt ist, die so komplett eskaliert, wird dann hier auf dem Boden einschlägt und dann sehen wir, wie die ganzen Pferde wegfliegen, auch hier wieder nicht unbedingt den besten Shot, den ich gewählt hab für das CGI-Pferd, das so ein bisschen aussieht wie, keine Ahnung, My Little Farm oder so für Nintendo DS. Ähm, in Bewegung sieht das um einiges besser aus, aber hier sieht man schon, sieht ein bisschen wonky aus. Gehen wir noch eins weiter und das sieht halt schon badass aus, ne, wie er den ganzen Boden aufgerissen hat und auch hier, wie er aussieht, der Typ macht überhaupt keine Faxen. Und wir sehen tatsächlich auch, ähm, noch einen Shot, beziehungsweise wir sehen, es gibt von ihm einen Clip, den hat, ähm, Zack Snyder veröffentlicht, wo sie gerade so ein bisschen an dem CGI rumgeschraubt haben, wo er ein paar Amazonen auseinandernehmen, die ihn so ein bisschen mit Pfeilen beschossen haben und versuchen ihn mit, äh, Pfeilen, wo gleichzeitig aber dann auch Seile dran sind, festzuhalten, wo er sie durch die Luft wirft und in der Hälfte auseinanderschlägt, denn wir dürfen mal nicht vergessen, ähm, der Film wird rated R, das heißt, da geht's richtig zur Sache, da fließt richtig Blut, äh, Steppenwolf eskaliert. Das wird nicht unser Thanos, der nur schnippt und alle sind Staub, sondern der zerschnetzelt die Leute hier richtig krass. Also da bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Gehen noch mal eins weiter und dann sehen wir tatsächlich so ein, äh, Screen nochmal, den wir so in der Originalfassung nicht hatten, äh, das war unsere Happy Hippo, die jetzt hier guckt, was da los ist, warum, äh, denn hier gerade mehr oder weniger, äh, ja, die Motherbox geschohlen wird. Mir fällt gerade auf, die gute Dame sieht aus wie Sansa, nur mit ein bisschen mehr Fitnessstudio. Ähm, geht noch eins weiter und da sehen wir dann auch mal eine dieser Szenen, wie Steppenwolf hier komplett eskaliert. Wir sehen hier seine Elektroachs. Ich finde auch in Bewegung sieht er richtig badass aus. Ich mag auch diese, ähm, Alien-like Beine, die er hat wie aus Alien Isolation oder so. Das sieht sehr, sehr geil aus. Sehen wir, wie so eine Amazone auf ihn zureitet und er sie aus dem Sattel boxt. Und was ihr hier erkennen könnt, ja, richtig, ist es einfach eine Blutfontäne. Das heißt hier, ey, es wird hier, es werden hier keine Faxen gemacht von Zack Snyder. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie gespannt ich da drauf bin. Das hat halt einfach mal einen ganz anderen Impact, wenn, äh, Steppenwolf dann zu Wonder Woman sagt, meine Axt ist immer noch nass von deinen Schwestern. Das hat sich irgendwie komisch angehört. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ähm, also von daher, äh, ja, ist das schon echt krass, in welche Richtung sie gehen. Geh noch mal eins weiter und dann haben wir jetzt noch mal so ein Close-Up von ihm. Und da sieht man vielleicht das, was ich gemeint habe. Besonders hier in dem Brustbereich sieht das zu CGI-ig aus. Das hätte ein glatter Brustpanzer sein können. Das ist zu viel, zu viele Spikes, die sich hier bewegen und too much. Darum wirkt das zu CGI-ig. Es gefällt mir einfach nicht. Ich muss vielleicht im Film dann mehrere Szenen sehen und dann, äh, endere ich meine Meinung. Denn auch hier in dem Trailer gibt es mehrere Szenen. Aber das hier gefällt mir überhaupt nicht. Das sieht wirklich, das sieht aus wie ein Next-Gen-Spiel. Maximal. Ähm, das ist so einer der Shots. Da wäre mehr drin gewesen. In Bewegung sieht das auch schon wieder anders aus, als auf so einem, äh, ne? Auf so einem Screen. Aber, ja, ich hoffe, da schrauben sie noch ein bisschen dran. Sie haben ja noch minimal Zeit. Äh, beziehungsweise hoffe ich, dass das in Bewegung doch schon um einiges besser aussieht. Gehen dann noch mal eins weiter. Da haben wir die Szene, wo Ben Affleck unterwegs ist, um Arthur Curry hier zu engagieren. Und er sagt, ich brauche Krieger, ne? Es wird eine Bedrohung kommen, die uns mehr oder weniger hier ordentlich den Garaus machen will. Und dafür brauche ich eben Krieger. Und da sehen wir dann auch noch mal den Shot aus der Anfangsszene, die wir auch aus der Kinoversion kennen. Von Wonder Woman, die eben hier diese Attentäter, beziehungsweise diese Terroristen, ähm, ja hier aus dem Leben boxt. Während sie hier eine Bombe zünden wollen. Ähm, es ist wohl so, dass, ähm, in dieser Snyder-Cut-Version das nicht hundertprozentig klappen soll mit der Rettungsmission. Also sie scheint wohl tatsächlich diese Klasse hier zu retten. Es soll aber wohl ein zweiter Sprengsatz trotzdem oben im zweiten Stock losgehen, wo dann auch Leute sterben. Aber hier, die Kids scheinen sie wohl gerettet zu haben. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu der Kinoversion. Ähm, wir sehen hier noch mal, wie sie ihre Gauntlets zusammenhaut und sehen dann draußen eben diese Explosion. Und das passt auch zu dem, was wir gehört haben, dass die relativ weit oben angesiedelt ist. Denn unten befindet sich Wonder Woman dann wahrscheinlich den Kindern. Ähm, gehen noch mal eins weiter. Und, äh, das ist jetzt so ein bisschen blurry, so ein bisschen verschwommen. Einfach nur aufgrund dessen ist eben unter Wasser. Und wir sehen hier, äh, apropos blurry, Arthur Curry, äh, Rapper incoming, habe ich gehört. Der hier unterwegs ist unter Wasser. Ähm, oh Gott, es war so schlimm, ich weiß. Äh, hier kann man es ein bisschen schwer ausmachen, aber wir haben hier Steppenwolf, der mit seiner Elektroachst unterwegs ist. Und eben unseren guten Aquaman, der die mit der Hand festhält und mit ihm so ein bisschen unter Wasser am Kämpfen ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wie ich finde, hier sieht das CGI sehr geil aus. Hier gab es aber vielleicht auch schon, ähm, Vorarbeiten, die dann nur nicht für die finale Version, Kinoversion damals beendet wurden. Denn ich finde unter anderem, ähm, diesen Shot hier tatsächlich auch sehr nice, ne. Sieht tatsächlich ganz cool aus, auch, ähm, muss ja sich überlegen. Das soll alles unter Wasser stattfinden, das heißt, dementsprechend wurden die Haare animiert, etc. Bin sehr drauf gespannt. Also, da geht es um einiges mehr zur Sache wahrscheinlich. Dann haben wir einen Shot weiter. Und dann haben wir noch mal so eine kurze Szene aus der Nightmare-Szene. Ihr seht im Hintergrund die abgefragten Autos, diese Wüstenlandschaft, die einfach, ähm, Nightmare-Szene schreit. Hier haben wir wieder so eine dieser Bilder, wo ich ein bisschen Probleme habe. Denn ich glaube, ähm, ja, sie haben hier den Schauspieler eben nicht dazu gekriegt, noch mal ans Set zu kommen. Der ja momentan in einem krassen Rechtsstreit mit Warner Bros. Beziehungsweise auch krasse Anschuldigungen gegenüber Joss Whedon getätigt hat. Und dementsprechend nicht dazu bereit ist, in weiteren DC-Projekten mitzuspielen. Was ich sehr, sehr schade finde, äh, tatsächlich. Ähm, aber, ähm, ja, so wie es aussieht, scheint, äh, Joss Whedon tatsächlich auch echt so ein kleiner Drecksack zu sein. Ähm, denn es haben sich da noch einige Schauspieler auch von Buffy und so geäußert, die mit ihm auch schon Probleme hatten. Und, äh, da scheint was dran zu sein. Man sieht hier aber ganz klar wohl, dass sein Gesicht so ein bisschen CGI-mäßig auf das CGI sogar noch gedrückt wurde. Ähm, auch hier finde ich, das sieht mir zu CGI-ig aus. Dafür gibt's viel mehr Shots, die da besser aussehen. Aber auch in Bewegung sieht's ein bisschen besser aus. Was hier krass ist, er hat tatsächlich eine stationäre Gatling-Gun oben auf der Schulter. Ähm, hat natürlich seine Knarre hier am Arm dran und hat hinten tatsächlich nochmal was total abgefahren ist. Einen dritten Arm, der so ein bisschen die Munitionskiste festhält. Hier sehen wir noch diesen Munitionsgurt, der zu dieser Gatling-Gun geht. Also, ähm, die schauen, scheinen da auch tatsächlich ordentlich auf die Kacke zu hauen, glaube ich. Ähm, hier sehen wir das nochmal ein bisschen besser. Ich geh davon aus, wir sehen's ja später nochmal, der Joker, äh, ne, taucht ja dann auch nochmal auf zum Ende des Trailers. Ähm, dass es hier darum geht, so eine finale Mission zu starten, um was auch immer. Um Clark irgendwie, äh, ja, wieder, wiederzubekommen, beziehungsweise seinen Brainwash rückgängig zu machen. Oder eben an Kryptonit zu kommen oder was auch immer. Ähm, ist es so eine finale Mission und das ist jetzt so dieses Let's go, okay, ab geht's im Moment. Kann natürlich aber auch möglich sein, da wir nachher sehen, dass, ähm, unser guter Cyborg hier hinter Batman steht in dieser Szene, als nachher Batman mit dem Joker spricht, dass das so eine Einschüchterungssache ist. Dass der Joker sich vielleicht ein bisschen weigert, warum sollte ich, warum sollte ich das? Und hier Cyborg mal kurz ihm verklickert, warum er eventuell sollte. Äh, ja, bin gespannt auf die Szene. Ich denke, CGI-mäßig hätte man das besser machen können. Abwarten, wie es dann im finalen, äh, Film aussieht und auch in Bewegung. Aber man sieht es doch schon, dass da auf jeden Fall ein bisschen mehr Budget nötig gewesen wäre, um das komplett, ähm, ja, da einen kompletten Homerun zu machen, sag ich jetzt mal. Gehen wir eins weiter, dass die Szene als Clark wiedererweckt wird. Und da sehen wir Ezra Miller als Flash, der da unterwegs ist. Übrigens auch total interessant, was Zack Snyder gesagt hat. Dieses ganze Thema rund um Flash, ähm, wird ein ganz anderes sein in seiner Version. Denn ursprünglich war, ähm, Flash auch ein ganz anderer Charakter. Also das, was ihr aus dem Kinofilm kennt mit, ah, manchmal schubst sich ein paar Leute und lauft dann weg. Das sagt er in Zack Snyders Cut gar nicht. Denn er ist in Zack Snyders Cut, so wie es sein sollte, schon ein waschechter Superheld. Denn wir wissen ja auch aus Suicide Squad, dass er schon Captain Boomerang und so Ding festgemacht hat und da schon unterwegs ist. Er weiß, wie man kämpft. Er ist natürlich trotzdem dieser nerdy Barry Allen, das ist ganz klar. Ja, aber nicht in diesem übertriebenen Maße, ähm, was Joss Whedon gemacht hat. Wo er wirklich diese Brunch-Gags und was weiß ich, das fällt alles raus, Gott sei Dank. Ähm, denn das war ja auch mit so das Schlimmste. Und wenn man das hier sieht, ich finde, ich feiere das so gerade krass. Ich feiere so krass den Bewegungsapparat, äh, von dem Flash in diesem Cinematic Universe. Und tatsächlich auch das Design, finde ich sehr, sehr geil. Da streiten sich ja auch die Geister, aber ich finde es tatsächlich mega, mega, mega cool. Okay, dann gehen wir weiter. Dann sehen wir hier nochmal, ist so ein bisschen die Iron Man-Pose, aber sehr geil. Würde mich interessieren, ob diese Pose mit der Hot Toys-Figur möglich ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ist so ein bisschen die Football-Pose, mehr oder weniger. Gehen wir noch eins weiter und dann kriegen wir tatsächlich auch eine Szene, ähm, ja, mit dem Batmobil. Hier hinten alles rot, also ähnlich wie in der Original-Kino-Version. Wobei es doch mehr dunkel ist und dieses Rote dann vereinzelt vorkommt und nicht alles komplett rot ist, wie wir in der Kinofassung sehen. Denn wir sehen hier dann nochmal Batman, der unterwegs ist. Ich finde übrigens immer noch, ich kann mich mit diesen Gläsern nicht anfreunden, äh, der Brille. Ich finde einfach, ohne diese Gläser sieht der Suit so böse aus und mit den Gläsern, äh, äh, geht besser, ne? Sehen wir dann hier, wie er unterwegs ist und wir sehen hier, ja, es vereinzelt dieses rote Schema eben wegen dieser Basis von Stafford. Seppenwolf und was auch immer da wuchert. Aber an sich haben wir ein normales Farbschema, eben der, von dem Feuer und der Beleuchtung an sich, ne? Batman, der hier unterwegs ist und sich mit, äh, the Parademons kappelt, mehr oder weniger. Die ihn hier auch so ein bisschen aus der, ja, aus der Kurve bolzen wollen. Und hier dann sehen wir auch so Geschosse von den Parademons, die eben auf das Batmobil knallen. Da bin ich sehr gespannt. Und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie sich mehr oder weniger dann hier in dem Tunnel richtig, äh, durch die Wände boxen. Geht noch eins weiter, da sehen wir noch mal so ein bisschen ein Close-Up von ihr. Ich finde auch ihre ganze Persona, ihre ganze Mimik, wie sie, wie wir sie jetzt zumindest in diesem Trailer und in den Szenen, die wir kennen von Zack Snyder aus der Justice League erleben, ist viel näher an der Wonder Woman dran, die wir aus Batman vs. Superman kennen und aus dem ersten Solo-Film, den sie hatte. Ähm, jetzt aus dem zweiten, ähm, hier, Wonder Woman 84, war sie komplett Banane und total bescheuert, war eher an dem Charakter von Joss Whedon dran. Dementsprechend ist der Film tatsächlich auch, äh, bei den Fans nicht wirklich gut angekommen und ich freue mich wieder, eine absolute Badass-Wonder Woman zu haben. Und versteht mich nicht falsch, der eine Gag hier oder da ist, äh, meiner Meinung nach auch immer angebracht und bin ich auch ein Fan davon. Je nachdem, was das für ein Gag ist und wie er zieht, aber, ähm, diese runtergedummten Charaktere, wie es bei Joss Whedon war, das ist überhaupt nicht meins. Dann gehen wir noch mal eins weiter und hier haben wir tatsächlich eine ganz coole Szene, die wir so auch gar nicht kennen, ähm, aus der Kino-Version. Das ist Alfred, der eben mit, ähm, Batman redet bzw. mit Bruce redet und sagt, um was, äh, bis, ne, woher willst du wissen, dass dein Team stark genug ist? Und, äh, wedel nicht, oder mehr oder weniger, er sagt, ähm, ne, hier wedel nicht mit der, mit dem roten Cape, wenn du den anstürmenden Bullen nicht aufhalten kannst. Was so viel bedeuten soll, wie, wenn du schon nicht Steppenwolf, äh, alleine packst, dann setz nicht da drauf, dass Superman dir am Ende den Arsch retten will, ne. So ist das ein Stück weit implementiert, äh, oder wird impliziert mit dem Spruch, äh, finde ich ganz geil, weil, ähm, wie in Batman vs. Superman ist Alfred einfach, Bruce sein Gewissen so ein Stück weit, um ihn manchmal wieder einzunorden und eben auch so auf dem richtigen Weg zu halten und das finde ich persönlich wirklich ganz, ganz geil, muss ich sagen. Okay, gehen wir nochmal weiter und, äh, das passt total zu dem, als er das sagt mit dem Bullen, der mehr oder weniger auf dich zurennt, sehen wir eben diese Bewegung mit den leuchtenden Augen, wie Steppenwolf eben dann mehr oder weniger auf unsere Helden losrennt und da muss ich sagen, in dieser Szene sieht die Rüstung badass aus und auch das Motion Capturing, wie er sich bewegt, sie ziehen mal besser aus als bei der Kinoversion, sieht einfach brachialer und richtig geil aus und das wird dann auch diese Szene des Final Fights tatsächlich sein. Hier sehen wir nochmal, wie er unterwegs ist und dann auch mit den leuchtenden Augen, sehr geil und hier kämpft er dann tatsächlich auch mit, äh, Aquaman, der auch ordentlich auf die Kacke hauen wird hier in dem Film nochmal, ähm, der unterwegs ist mit Wonder Woman, um eben Steppenwolf, ja, mehr oder weniger komplett auseinanderzunehmen, ist jetzt hier durch die Bewegung ein bisschen verschwommen, sorry dafür, aber einfach nur nochmal, dass ihr so einen Shot, äh, aus diesem Kampf gesehen habt. Dann sehen wir nochmal, ähm, äh, einen Shot, den wir so in der Kinofassung auch gar nicht gesehen haben, aber in diversen Trailern vorher schon, denn wir sehen Superman, wie er gerade mehr oder weniger fliegt, was ein Hologramm ist, was wohl von Cyborg projiziert wird, ähm, hier in dieser Szene soll es wohl darum gehen, wie man Superman wiederbeleben kann und das ist auch eine Szene, die sich ganz anders gestalten wird, mit einigen Ähnlichkeiten, aber doch ein Stück weit anders und da wird hier halt drüber gesprochen, das ist der Shot, den wir auch vorher schon aus dem Trailer kannten, ähm, da bin ich sehr gespannt, also es wirkt alles sehr episch und besonders, der gute Bruce hat natürlich auch so ein bisschen Gewissensbisse, ähm, zu dem, was eben in Batman vs. Superman passiert ist, wo er ja auch nicht unbeteiligt ist, ähm, wie das alles ausgegangen ist. Dann gehen wir, ähm, hier nochmal ein zweiter, ist auch ein Shot, kennen wir aus der Kinofassung, so ein bisschen, ne, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das ist London, ne, das ist die London Bridge, ähm, wo mehr oder weniger auch so eine Trauergeschichte noch vorhanden ist, eben für, ähm, Superman gehen eins weiter, ähm, da sehen wir Louis, ähm, die gerade eben, äh, mitkriegt, wie in diesem Labor Superman wiedererweckt wurde und es eben Krach gibt, weil Superman durch dieses Dach kracht und sich dann auch mit der Justice League boxt, ähm, so wird sie darauf aufmerksam in dieser Zack Snyder-Version, sie wird nicht von Alfred dahin gefahren oder sonst irgendwas, sondern sie sieht das selbst, kriegt das selbst mit und, äh, ja, begibt sich dann dahin, wo eben Superman unterwegs ist. Gehen noch eins weiter, dann sehen wir hier nochmal Teile des Flashbacks, wo, ähm, ja, Darkseid beziehungsweise Juxus, ähm, die Erde angegriffen hat damals, aber auf die Nuss bekommen hat. Hier sehen wir ihn nochmal in seiner Rohform, das heißt ohne die komplette Rüstung, aber auch mit einer krassen Axt, wie er versucht, die Erde zu unterjochen. Ähm, ganz interessant ist tatsächlich hier auch bei dieser Erdunterjochung-Szene, Oh mein Gott, gibt's das Wort? Ich hab's grad erfunden. Ähm, dass ganz viele Leute Kritik haben, ja, okay, jetzt ist Superman tot, ne, aber warum hat man nicht versucht, als Superman noch ein kleines Kind war oder so, da einzufallen? Tatsache ist ja, ähm, sie haben derbe auf die Schnauze gekriegt auf der Erde und sie wussten nicht, wenn sie jetzt wiederkommen, dann kommen wieder diese drei Völker und wir kriegen wieder auf die Nase. Dann kommen wieder Green Lanterns, ne, und jetzt haben wir sogar gehört, eventuell, da könnte noch ein Kryptonier sein, kriegen wir noch mehr auf die Nase. Also das hat schon einen logischen Hintergrund, warum er das nicht nochmal versucht hat, denn man ist sank und klanglos untergegangen gegen diese Völker. So, daher kommt meiner Meinung nach aber tatsächlich auch diese Line von wegen, äh, no Kryptonien, ja, no Lanterns, ähm, dass Steppenwolf eben da ist, um schon mal abzuchecken, hallo, können wir hier nochmal aufmarschieren? Gibt's hier irgendwie welche, die sich wehren oder so? Und er das eben dann auch, das hat, mitteilt und ihm sagt, hier, hallo, der Weg ist frei, wir können hier eigentlich mal ordentlich auf die Kacke hauen, ne? Geht noch eins weiter, da sehen wir tatsächlich die Wiederbelebungsszene, auch total emotional, Papa kennt das Foto, das hier reinfällt. Es soll wohl eine Szene auch mit Kevin Kossner im Snyder Cut geben, ich bin sehr gespannt darauf, dass es sind mit die emotionalsten Szenen, nicht nur in Man of Steel, auch in Batman vs. Superman, ich liebe es und ich freue mich sehr darauf. Geht noch mal eins weiter, das ist tatsächlich eine Szene, ähm, die kennen wir auch schon ein Stück weit, würde ich sagen, ähm, aus Trailern davor, denn hier wird es wohl passieren, dass, ähm, der gute, ähm, Ray Fisher, so ein bisschen seine, Ray Fisher als Cyborg eben hier seine ganzen Fähigkeiten erkunden wird und dann mehr oder weniger sieht, dass er gewisse Sachen auch steuern kann. Kann aber auch möglich sein, dass es die Szene ist, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wo er mehr oder weniger sich mit der Motherbox verbindet, unter anderem wohl eine Nightmare-Szene sieht, aber auch dann, ja, so ein bisschen, äh, die Fähigkeiten erkundet, was da möglich ist, denn hier sieht er unter anderem das komplette Waffenarsenal der Welt, das heißt alle Atomwaffen etc., und er schiebt sie ja dann auch so weg, ne, aus dem letzten Trailer. Ähm, ich denke, das kommt auch daher. Die Szene ist uns auch bekannt aus der Kinoversion, Zeitlupe Wonder Woman will das Schwert fangen und Flash hilft dann, indem er so ein bisschen die Spitze antippt. Geht noch eins weiter, die Szene kennen wir auch, ähm, Aquaman versucht die, äh, Welle in dem Tunnel aufzuhalten, wird ähnlich wohl so wie in der Kinoversion passieren. Die Szene kennen wir tatsächlich auch, weil, äh, Zack Snyder die so oft gepostet hat, beziehungsweise man die so oft gesehen hat, dass die schon, äh, ja, halbwegs fertig abgedreht waren, nur ohne, äh, CGI etc., eben als er Iris fängt, äh, seine große Liebe, hier Barry Allen, ähm, als er sie rettet und das alles so ein bisschen in Zeitlupe abläuft. Und man sieht dann, wie er sie fängt und mehr oder weniger hier alles sich überschlägt und sie so ein bisschen den, äh, Schmusi-Busi-Moment haben, ne? Also wir kriegen von jedem Charakter auch so ein bisschen Background, definitiv. Dann sehen wir nochmal einen Shot vom Anfang, wo Ben Affleck, ne, Arthur Carey sucht, um ihn da so ein Stück weit als Krieger zu akquirieren. Gehen noch eins weiter und dann haben wir hier tatsächlich auch was total Cooles. Da will ich euch ein kleines Detail verraten, was bekannt ist. Batman wehrt diese Schüsse der Paradigms ab und das liegt daran, dass er in Zusammenarbeit mit Alfred tatsächlich Gauntlets kreiert hat, die ähnlich wie Wonder Worms Gauntlets funktionieren, eben solche Energiewaffen oder gewissen, ja, Waffen mehr oder weniger standhalten können. Denn, ähnlich wie bei Wonder Worm, das seht ihr gleich nochmal, wenn er diese Schüsse abgewehrt hat, ihr seht es auch hier unten besonders nochmal, die, äh, die Spitzen dieses Gauntlets, äh, die man ja auch, wenn man das Kostüm sich anguckt, sieht, dass die aus Metall sind und so ein bisschen befestigt sind mit so Lederstrips oder so, die glühen, ne, genauso wie hier. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eventuell sogar dieses Metall von Wonder Worm hat, beziehungsweise aber anhand dieses Metalls, und das ist bekannt, diese Gauntlets, äh, kreiert hat. Und das finde ich tatsächlich ganz geil, bin ich mal gespannt, ob sie das in irgendeiner Art und Weise in dem Film verwurschteln werden. Gut, hier eine Szene, die wir ähnlich so aus der Originalfassung kennen, nur hier werden wir keinen ekligen Schnurrbart sehen, der, äh, irgendwie mit CGI, äh, ja, vom Zweitklässler versucht wurde zu entfernen, sondern das wird hier ein Stück weit sich anders darstellen, das Ganze aber auch hoch emotional, da bin ich sehr gespannt drauf, besonders, ähm, die Szene, die jetzt kommt, denn diese Hand auf dem Boden mit dem fliegenden Geröll und so, die sollte uns allen Begriff sein, denn das ist die erste Flugszene von Superman auf Man of Steel und die wird hier so ein Stück weit rekreiert, äh, nachdem er wiederbelebt wurde und ich hoffe sehr, dass auch da diese First-Flight, äh, Mucke kommt aus Man of Steel, denn die war absolut ikonisch und mega geil und dementsprechend hoffe ich, dass das hier auch der Fall sein wird. Ähm, sehen hier dann nochmal, wie der ganze Geröll so um seine Hand schwebt und ich finde es ganz geil, weil das so als visuelles Stilmittel benutzt wurde, unter anderem beim Sarg, bei Man of Steel, also beim Sarg, Batman vs. Superman, aber auch bei Man of Steel bei seinem ersten Flug und hier jetzt auch, ne, dass er irgendwie diese Gravitation erzeugen kann und das ist schon, ja, sehr geil, ich bin gespannt. Sehen hier ihn nochmal, übrigens, Leute, Leute, in diesem schwarzen Anzug, sieht das bitte geil aus. Mein Gott, Hot Toys, ich brauch unbedingt ein Black Superman, aber sowas von, ui, 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 wäre das geil. Ich könnte mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, ähm, dass Hot Toys da tatsächlich was in der Pipeline hat, weil es ja eigentlich relativ simpel, äh, zu machen ist, auch wenn der Head mir nicht gefällt, den sie jetzt schon zweimal benutzt haben, ähm, vielleicht machen sie da nochmal was, aber gerade den Suit zu repainten, das ist ja eigentlich echt ein Kinkerlitzchen und die Leute würden es ihnen aus der Hand reißen. Vielleicht wird es so ein Comic-Con-Exclusive, kann ja durchaus möglich sein. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal weiter, dann sehen wir hier nochmal, wie er den Take-Off hat und das geht tatsächlich relativ geil in den Take-Off von, ähm, Ray Fisher über, beziehungsweise Cyborg, der hier zum ersten Mal so seine Flugfähigkeiten entdeckt. Da kennen wir auch die unfertigen CGI-Szenen, die veröffentlicht wurden, wo er zum ersten Mal von dem Dach startet und sich dann hier tatsächlich auch seine komplette Maske entfaltet, was tatsächlich auch sehr geil aussieht, wie ich finde. Bin ich mal gespannt, ob das vielleicht in dem Film noch öfters vorkommt, dass er so seine komplette Maske trägt. Geh nochmal weiter. Da sehen wir hier nochmal so einen Flug über Temiscara. Ich gehe davon aus, das wird auch zu dieser Szene passieren, als Steppenwolf ankommt. Geh noch eins weiter, dann sehen wir auch hier diesen Batcrawler, wo Steppenwolf drauf rumhackt, also ähnlich wie in der Justice League-Version. Ich muss sagen, der hat mir nie gefallen und das ist so eine Szene, da freue ich mich auch gar nicht drauf. Den fand ich schon immer too much für dieses Universum, irgendwie so ein Batcrawler, weiß ich nicht. Aber mal gucken, vielleicht stellt sich das alles jetzt durch Zack Snyder wie immer natürlich ein bisschen badassiger da. Dann bin ich vielleicht auch ein Fan davon. Dann hier eine Szene, wo man natürlich sagen muss, die meisten von euch, die da so ein bisschen drin sind, die werden es wahrscheinlich erkannt haben, die The Dark Knight Returns kennen. Eben sowohl das Graphic Novel als auch dann die Comic-Version, beziehungsweise die Comic-Film-Version, die rauskam. Einer der beliebtesten Comic-Reihen, wenn es um Batman geht. Und da sehen wir eben diese War Machine, diesen Batpanzer, mit dem er gegen diese Mutanten kämpft. Und hier ist tatsächlich total spannend, da bin ich sehr, sehr gespannt, wo diese Szene einzuordnen ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass es am Ende, denn wir sehen hier diese komischen Auswüchse und so, die wir auch aus der Kino-Version kennen, die eben diese ganze Umgebung, die da Steppenwolf kreiert, so mit sich bringt. Ich glaube nicht, dass es eine Nightmare-Szene ist, weil da hat er seinen normalen Bat-Suit an. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und hier sehen wir auch so verwüstete Straßen. Ich glaube, das ist auch irgendwas im Endfight. Keine Ahnung, wo der auf einmal herkommt, aber an dieser Szene sehen wir schon. Leute, wir haben knapp zwei Stunden Justice League gesehen im Kino. Von diesen zwei Stunden sind 30 Prozent Filmmaterial von Zack Snyder. Und Zack Snyder bringt jetzt vier Stunden raus. Das ist unfassbar. Vier Stunden bringt er raus. Das heißt, wir haben so wenig gesehen von diesen vier Stunden. Das wird ein dermaßen unvergleichliches Erlebnis. Das ist ein komplett neuer Film mit ähnlichen Storybeats und Szenen, die wir schon kennen, die aber zu einem ganz anderen Ding zusammengefügt wurden. Also es wird tatsächlich so ein fast komplett neuer Film. Ich meine, die Storyline geht schon in eine ähnliche Richtung, aber es wird sich ganz anders zusammensetzen, ganz anders darstellen. Und ich bin so gespannt, zieht das Badass aus? Bitte, 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 wie der gute Batman hier auf dem Panzer steht. Also meine Fresse sieht das geil aus. Das sieht so gut aus und sieht tatsächlich so aus, als hätte er hier auch den Batman vs. Superman-Suit, wenn mich nicht alles täuscht. Also sehr, 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 sehr geil. Ich bin so gespannt, wie sich das Ganze, ja, in welche Szene sich das so ein Stück weit drängen wird, hier mit der War Machine. Aber er hat direkt so aus dem Comic-Book mehr oder weniger rausgenommen, diese Szene. Ich liebe einfach Zack Snyder für das, was er hier macht. Geht noch ein zweiter Szene, die wir aus dem Kinofilm kennen, wie hier Barry Allen seinen Vater im Knast besucht, der zu Unrecht verurteilt wurde, weil, dass er mehr oder weniger die Mutter von Barry Allen, seine Frau, getötet haben soll. Dabei war das Reverse-Flash, das ist so die Grundstoryline. So, hier haben wir jetzt was ganz Spannendes. Und jetzt werde ich so ein bisschen ein paar Infos droppen, die könnten für den einen oder anderen Spoilery sein. Dementsprechend seid gewarnt, ne, vielleicht überspringt ihr es oder hört es ein andermal an. In diesem Falle versucht tatsächlich der gute Cyborg nicht unbedingt vielleicht die Mother-Boxen zu trennen. Das kann durchaus aber hier auch in dieser Szene passieren. Aber vielmehr, mehr oder weniger diese Mother-Boxen zu kontrollieren. Und, ja, mehr oder weniger seht ihr, verbindet sich auch mit denen, was ja auch durchaus möglich ist, denn im Prinzip wurde er aus einer Mother-Box erschaffen. Gehen da nochmal eins weiter und dann sehen wir, wie hier so eine Druckwelle ausgelöst wird, die so durch ihn durchschießt. Und dann gehen wir noch eins weiter und dann sehen wir tatsächlich, wie die Kamera so langsam in sein Auge reinzoomt. Also, das sieht dann tatsächlich ungefähr so aus, wenn es immer mehr in sein Auge reingeht. Und danach, und so scheint es wohl zu sein, befinden wir uns dann in der Nightmare-Szene. Also, das heißt, wir gehen hier durch dieses ins Auge reinzoomen, dann in diese Vision, die er hat. Er sieht dann nochmal, er sieht teilweise eine Vision, wie das damals war mit Steppenwolf, wie die Mother-Boxen von den Menschen vergraben wurden. und er sieht tatsächlich auch so ein paar Szenen auf dem Zweiten Weltkrieg. Das kennen wir schon aus geleakten Szenen, die kamen. Er sieht hier wahrscheinlich dann tatsächlich auch das mit den ganzen Atomwaffen, die er auf einmal steuern kann. Und was wir hier hinten sehen, das ist tatsächlich total spannend, denn wir sehen hier hinten Barry Allen, der kurz bevor diese Druckwelle kommt, gerade bei ihm ist. Denn es wird wohl eine Storyline wie folgt passieren. Ob das genau in dieser Szene passiert, ist fraglich. Aber ich denke schon, darum will ich sie euch jetzt wiedergeben. In diesem Film wird die Justice League verlieren. Das bedeutet, sie werden sterben. Und zwar alle, fast alle, außer Barry Allen. Und Barry Allen wird in diesem Film das erste Mal, direkt nachdem sie verloren haben, zurückreisen, um das direkt rückgängig zu machen, weil er eben gesehen hat, was da passiert. Das heißt, das ist vielleicht schon die erste Möglichkeit, diese Nightmare-Sequenz ein Stück weit rückgängig zu machen, beziehungsweise mehr oder weniger abzuwenden. Wobei es ja durchaus oftmals auch das Konzept bei solchen Filmen, wenn es um Zukunft und so geht, dass es die Zukunft mehr oder weniger trotzdem genauso eintreffen wird. Von daher glaube ich tatsächlich, hätte er die Möglichkeit gehabt, Justice League 2 weiterzumachen, dass es definitiv in der Justice in der Zeitlinie geendet hätte. Mit der Nightmare-Szene und dass am Ende Batman sich geopfert hätte, was er schon bekannt gegeben hat, Zack Snyder, dass es wohl so gewesen sein soll. Eben wahrscheinlich, um Superman ein Stück weit auf die gute Seite zurückzuholen, der dann Darkseid ordentlich vermöbelt hätte und von der Welt verbannt. Das wäre mal ein Abschluss für so ein Cinematic Universe gewesen. Holy moly. Hätten sie den Mann mal bei manchen Sachen zumindest ein bisschen mehr machen lassen. Also hier sieht es so aus, dass das tatsächlich, dass diese Kettenreaktion, wo er sich da mit der Motherbox verbindet, tatsächlich ein Event auslöst, dass sie verlieren, beziehungsweise dass auch tatsächlich eine Riesenexplosion alles mit sich reißt, was wir schon ein Stück weit gleich sehen können. Wir gehen noch mal weiter. Dann sehen wir Steppenwolf, der unter Wasser richtig bad eyes aussieht mit seiner hier Stromaxt, wie er gerade hier diese Motherbox mehr oder weniger den Atlantiaten abnehmen möchte. Noch mal so eine kleine emotionale Szene, wo ich auch total gespannt drauf bin, wenn es das erste Mal wieder Martha kennt und wie die drei zusammen sind. Dazu dann noch die Man-of-Steel-Mucke und mein Herz explodiert. So viel kann ich schon mal sagen. Gehen noch mal eins weiter. Das wird wohl auch wieder ähnlich die Szene sein, wie in der Kinoversion, wo Batman eben dann in diesen Crawler, in diesen Tunnel-Crawler, Badcrawler einsteigt und sagt, It's my turn und dann hier ein paar Parademons wegknallt. Hier sehen wir noch mal Fight-Szene zwischen Diana und Steppenwolf, was ganz cool ist. Und hier sehen wir jetzt tatsächlich wohl die erste Szene, wie Flash vielleicht unbewusst das auch das erste Mal auslöst, dass er in die Zeit zurückreist. Wir sehen dann hier tatsächlich, das wird die Szene sein, wo er eben in dieser Speedforce drin ist und alles um ihn rum mehr oder weniger verschwimmt und mehr oder weniger an ihm vorbeirast. Das sieht total abgefahren aus. Es sieht nicht so aus, wie wir es sonst aus Szenen kennen, wie er rennt. Und wir sehen dann tatsächlich auch noch mal, wenn wir weitergehen, eben hier eine unfassbare Explosion, die wirklich schon atompilzartig ist, auf die er gerade zurast. Und ich glaube, hier handelt es sich tatsächlich um Cyborg, der eben durch diese Motherboxen, wir sehen auch hier diese Riesenexplosion in der Mitte, tatsächlich was ausgelöst hat, was eventuell die ganze Justice League ums Leben gebracht hat und vielleicht auch ein Stück weit diese Nightmare-Zeitlinie eingeleitet hätte oder hat. Tatsächlich ist es so, ob das jetzt hier passiert, kann ich euch nicht sagen, nur es ist inzwischen faktisch bekannt, die Justice League wird in diesem Film einmal verlieren, Barry Allen wird die Zeit verändern und dadurch werden sie dann am Ende die Oberhand haben. Wie das dann sich gestaltet, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich bin hier wieder ganz nah dran, dass es in die Richtung geht. Gehen noch mal eins weiter, da haben wir diesen epischen Shot, wie die Rampe runtergeht und die Justice League rauskommt und mein Gott, der Batsuit ist so geil, nur ohne Brille bitte. Ohne Brille wärst du viel cooler als mit dieser scheiß Vielmann-Brille. Du säst so badass aus mit diesen Panzerplatten. Meine Fresse, so schade, ey. Ja, vielleicht habe ich ja Glück, dass er auch in dem Cut irgendwie mit dem Batmobil über den Huppel fährt und die Gläser fliegen aus dem Fenster. Aber ich glaube es fast nicht, weil er auch am Ende des Films, als sie so einen Gruppenshot haben, da mit den Gläsern dann da steht. Sehr schade, aber trotzdem epischer Shot, wie die Rampe runtergeht mit dem Rauch und dann am besten noch geile Mucke dazu. Nice. Gehen noch mal weiter. Jetzt befinden wir uns so am Ende des Trailers, wo Diana dann sagt, ja, es wurde gesagt, die Zeitalter der Helden sind vorbei. Und dann sehen wir hier noch mal so ein Flashback eben aus dieser Szene, als die Völker mit den Amazonen und den Atlantern eben Darkseid und seinen Kräften in Garaus gemacht haben. Sehen hier dann tatsächlich auch noch mal den König von Atlantis, der hier so ein paar Parademons komplett aus dem Leben boxt. Der ist, er und auch viele andere wie die Götter Zeus und Aris und so sind ja in der Kinoversion komplett untergegangen. Diese komplette Battle-Szene soll wohl um einiges länger sein und wir sollen hier auch um einiges mehr an Action sehen, auch von diesen Charakteren und da bin ich sehr gespannt drauf, denn die fand ich selbst in der kurzen Szene in der Kinoversion schon badass. Gehen dann eins weiter und da haben wir noch die Szene, die wir ähnlich kennen aus der Kinoversion. Das ist wie Batman sich da entlang schwingt und auf ihn geschossen wird und er da mehr oder weniger im Parademon wegkickt und auch die Szene kennen wir aus der Kinoversion, wie Aquaman springt mit dem Trident und eben so ein Parademon aufspießt. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, bei diesen Szenen, das verdeutlicht erstmal wieder, selbst hier in dem Trailer haben wir die Hälfte der Szenen schon mal gesehen. Ey, wisst ihr eigentlich, wie viel wir nicht gesehen haben, wie viel da übrig bleibt? Das ist unfassbar. Ich bin so dermaßen gespannt, so dermaßen gehypt, was wir da ein Stück weit sehen werden. Das ist echt der Knaller. Gehen noch eins weiter, dann sehen wir nochmal so einen geilen Slow-Mo-Shot. Hier sieht Steppenwolf auch nice aus und auch das CGI, wie eben Wonder Woman hier entlang springt und gegen die Axt schlägt. Sieht so badass aus. Gehen noch eins weiter und dann sehen wir tatsächlich Ray Fisher hier als Cyborg, der hier durch die Schluchten fliegt, als gerade die ganzen Häuser zusammenstürzen. Das sieht tatsächlich total abgefahren aus, was durchaus sein könnte, dass es nach dieser Explosion ist, die dann am Ende dazu führt, dass eben nur Batman, Cyborg, Flash überlebt haben, eventuell Deathstroke und der Joker, weil eben hier bei diesem Event dann Wonder Woman oder auch Aquaman und so sterben. Barry Allen das aber rückgängig macht. So, hier sehen wir es nochmal. Die Häuser klappen links und rechts zusammen und eben Cyborg fliegt da durch. Da bin ich sehr gespannt auf die Szene. Das sieht sehr geil aus. Hier nochmal kaum zu erkennen, aber das habe ich bewusst gemacht, das ist die Szene mit den Laser-Augen von Superman. Ihr seht hier hinten schon die Boom-Tube, ne? Und jetzt sehen wir Superman, der gerade eben Steppenwolf auf die Fresse gehauen hat und ihn einfach mal komplett, komplett aus dem Leben lasert. Das sieht so geil aus. Ich komme überhaupt nicht drauf klar. Aber es sieht einfach so badass aus. Auch dieses Gesicht, mit dem will sich doch keiner anlegen. Der lasert dich komplett aus dem Leben. Oh mein Gott. No Kryptonian. Hier hast du dein Kryptonian. Bam. In your face. So nice. So nice. Hierzu will ich euch noch kurz sagen, auch das ist bekannt, Spoiler, Vorsicht, ne? Ich habe es euch jetzt mehrfach gesagt. Es wird so enden, dass Superman dann kommt, den Tag rettet mehr oder weniger und Steppenwolf auch ordentlich zu schaffen macht. Am Ende ist es dann so sein wird, dass aber Diana mit dem finalen Sprung Steppenwolf enthauptet, den Kopf abschlägt. Der Kopf dann durch die Boomtube rollt vor die Füße von Darkseid. Und so soll der Kampf dann mehr oder weniger enden. Und wir sehen da noch so ein Shot unserer League, die vor der Boomtube steht und zum ersten Mal Darkseid sieht. Oh mein Gott. Episch. Ich kriege so Gänsehaut, wenn ich dran denke. Der Hammer. Okay. Dann gehen wir noch weiter. Hier antwortet dann tatsächlich Bruce Wayne auf dieses Zeitalter der Helden. Er hat dann gesagt, ähm, doch, es muss aber, ne, das Zeitalter der Helden muss zurückkommen, weil sonst ist die Erde natürlich futsch, ne, ist klar. Dann gehen wir weiter. Nachdem wir hier diese Title Card gekriegt haben mit Zack Snyder's Justice League und was liebe ich, dass der Mann jetzt seinen Namen sogar da drüber gekriegt hat, ihr Penner von Warner Bros. dass er den Respekt bekommt, den der Mann verdient hat. Der hat auch sicherlich die ein oder andere Entscheidung getroffen, die nicht so super toll ist, aber Warner Bros. hat versucht, ihn dermaßen unter den Teppich zu kehren, ähm, einfach nur, weil sie, äh, so einen Drang hatten, dem MCU hinterher zu rennen und sobald sie nicht die Nummern machen, die, äh, das MCU gerade aufwirft, dann, äh, sind sie enttäuscht und wollen alles direkt wieder verwerfen, haben sie den Mann versucht, so unter den Teppich zu kehren und ich finde es so toll, ich liebe Comeback-Stories und das ist die Comeback-Story des Jahrhunderts für mich mit Zack Snyder, finde ich toll. Dann gehen wir so in diesen finalen Aufhänger und das ist eine Szene, wo wir wissen, es ist ein Reshoot, ähm, denn, wir gehen eins weiter und da sehen wir, ähm, gerade eben, äh, ähm, ja, Jared Leto, der We live in a, äh, We live in a society Spruch bringt, was ja so ein bisschen meme-mäßig ist, ähm, und sich da mehr oder weniger gerade mit Batman unterhält und so mit dem Rücken zu ihm sitzt, ganz geil, wir sehen hier, er hat so hier ein Sturmgewehr, so eine M16 mit einer SWAT-Weste an, aber diese SWAT-Weste ist bekannt, hat zumindest Zack Snyder so bekannt gegeben, da sind ganz viele Police-Badges und Policemarken und so dran, ne, ähm, von den Police-Officers, die er eben kalt gemacht hat und warum auch immer sucht Batman ihn hier auf, um mit ihm ein Stück weit zusammenzuarbeiten, entweder hat er etwas oder er hat die Möglichkeit, tatsächlich auch, ähm, irgendwie Batman zu helfen, denn wir dürfen mal nicht vergessen, der gute Joker, der hier von Jared Leto gespielt wird, ist dafür verantwortlich, dass Robin tot ist, denn ja, das Universum ist so geil und so reich an, an Sachen, die passiert sind, dass das alles schon passiert ist, denn unser Batman ist schon lange unterwegs, ich liebe es, ich liebe es, so geil und auch das man jetzt hier, auch das ist eine Comeback-Story, alle haben auf Jared Leto eingehauen mit dem Joker, obwohl Warner Bros. das Suicide Squad so verschnitten hat, es gibt ungefähr 30 Minuten Joker, die nicht mit drin sind, die, äh, das hätte ein ganz anderes Charakterbild, äh, geliefert und ich bin ja sowieso jemand, im Gegensatz zu gefühlten 90% aller Fandoms, liebe ich auch mal Veränderungen, liebe ich auch mal was anderes, neue Looks oder so, solange das Grundprinzip gleich bleibt und das Grundprinzip war hier auch gleich ein durchgedrehter Bösewicht, der total psychopathisch ist, ja, der halt jetzt mal einen neuen Look hatte, auf was anderes getrimmt wurde mit Tattoos, das sah aber badass aus, man hat diesem Herren aber leider Gottes niemals die Möglichkeit gegeben, so zu scheinen, wie er es verdient hatte und jetzt hat er zumindest eine kurze Möglichkeit und ich bin echt gespannt, inwiefern es dazu kommt, dass nachher Batman sogar die Joker-Karte an seiner Knarre hat und dazu, äh, liefere ich euch gleich auch so eine kleine Theorie, denn, ich glaube unter anderem, wir gehen erstmal eins weiter, wir sehen hier übrigens Ben Affleck, der nochmal sich ins Kostüm geschmissen hat mit hier hinten Ray Fisher in der Nightmare-Timeline, der eben so einen Dialog bekommt oder beziehungsweise einen Monolog vom Joker, der dann auch total geil hier endet, indem er ihn dann anspricht und so richtig geil in seiner Art, wie es auch in Suicide Squad war, Batman! Es ist so nice und wie man hier sieht, der Look ein bisschen anders, das heißt, die Tattoos sieht man nicht mehr, die sind nicht mehr da, ob sie überschminkt sind oder er sie entfernt hat, ist mir eigentlich auch scheißegal, aber jetzt so extrem lange Haare, er sieht einfach total creepy des Todes aus und ich bin so gespannt, man sieht hier auch tatsächlich so ein bisschen was von den Polizei-Badges, ähm, in welche Rolle er da einnehmen wird, denn er wird irgendwann ja auch die Karte Batman geben und warum packt Batman die tatsächlich ein Stück weit auch an sein Gewehr? Ich glaube, dass das so sein wird, dass, äh, Jared Leto's Joker sich dann am Ende sogar vielleicht für Batman opfert und das tatsächlich so eine kleine Respektsgeste ist, obwohl er sogar eigentlich seinen besten Kumpel getötet hat, ist es so was, er hat vielleicht ein Stück weit dazu beigetragen, ähm, die Zukunft, äh, zu retten, denn ich glaube tatsächlich, ihr habt eventuell alle diese Bilder gesehen, ne, wie, äh, Jared Leto als Joker hier irgendwo sieht aus wie in der Irrenanstalt oder so ist, ich glaube tatsächlich, dass er hier in einem Bunker ist und dass es sich hierbei tatsächlich um den Bunker handelt aus Batman vs. Superman, aus dem tatsächlich Bruce Wayne dann rauskommt, denn wir sehen unter anderem in diesem Bunker ja auch noch, wie er so eine Karte hochhält mit seinem Handschuh und ich glaube, denn wir sehen auch einen Shot vom Batman, der in dieser selben Umgebung ist, dass Batman dann da diese Karte nimmt und an das Gewehr steckt, während er ihn mehr oder weniger, ja, sag ich mal, sich mehr oder weniger mit ihm unterhalten hat und dann mit dieser Karte rausgeht und dann passiert das, was wir aus der Nightmare-Szene kennen, ne, ähm, denn ich glaube, in dieser Szene macht der Joker tatsächlich auch irgendwelche Versuche, es sieht aus wie irgendwie so jemand, der gerade eine Leiche obduziert oder so, ne, mit den Kleidungen, die er anhat, denn ich glaube, sie arbeiten zu diesem Moment schon, in diesem Moment schon zusammen und, ähm, ich glaube, dass das tatsächlich so ineinander übergeht, das heißt, die Nightmare-Szene, die wir hier sehen, ist natürlich eine Nightmare-Szene, die vor der Nightmare-Szene aus Batman vs. Superman spielt, denn da sieht man ja mehr oder weniger, wie Superman in seinem Brustkorb boxt, ne, und, ähm, ja, wie soll das sonst anders funktionieren und das fände ich so geil, wenn wir dadurch so einen fließenden Übergang haben in die andere Nightmare-Szene, die wir kennen, also diese ganze Nightmare-Timeline, die ist so beeindruckend und ich hab so mega Bock drauf, ja, Killer, und damit endet natürlich der Trailer, bam, und wir sind durch und, ja, da sind wir auch wieder beim ersten Shot und da würde ich sagen, dann nehmen wir final einfach mal hier so diese Title Card, um dann ein Stück weit rauszusteigen aus dem Ganzen und ich denke, man kann nur sagen, ähm, jeder, äh, ne, kann's feiern oder nicht feiern, ich kann nur meine Meinung wiedergeben und ich bin total overhyped, ich muss mich tatsächlich, unter Kontrolle bringen, nicht komplett zu eskalieren, das hatte ich selbst bei Star Wars schon lange nicht mehr, einfach nur aufgrund dessen, dass es hier so viel Neues gibt, es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt tatsächlich hier, ähm, die Möglichkeit einfach, dieses Cinematic Universe vielleicht doch ein bisschen am Leben zu halten und, ähm, sagen wir mal so, selten lasse ich mich in diese Höhen hypen, ähm, allerdings hat Zack Snyder so einen Track Record für mich, dass alles, was er bis jetzt gemacht hat, ich Hardcore-Feier, besonders wenn er freie Hand hatte, wie bei Watchmen oder dem Ultimate Cut von Batman vs. Superman, äh, Man of Steel gar nicht zu sprechen, der einfach nur Weltklasse für mich ist, ähm, dann, ist es einfach so, dann hab ich gar keine Befürchtung, dass was schief geht, das ist ähnlich, wie bei den Russo-Brüdern von Marvel, wenn die einen Film machen, dann weißt du nach, äh, Winter Soldier, Infinity War und Endgame, alles, was die anpacken, wird wahrscheinlich sehr geil werden und dementsprechend kann man sich da auch schon mal dann von so einem Hype tragen lassen, wenn man, wenn der Track Record so gut ist. Ja, wie findet ihr den Trailer, was haltet ihr von dem Trailer? Ich muss sagen, ich geb dem Trailer tatsächlich 8 von 10 Nerdbomb, ich feiere ihn sehr, ich feiere das Sounddesign, ich find's gut, aber darum kriegt er nur 8 und keine 10 tatsächlich, dass wir viele alte Szenen gesehen haben, denn ich möchte alles, was da Neues ist und das sind über 3 Stunden Neues, was wir genießen werden, einfach in mich aufsaugen und will davon nicht zu viel jetzt schon sehen und kann es einfach nicht erwarten. Ja, Jungens und Mädels, lasst ein Däumchen da, lasst ein Kommentar da, was ihr von dem Trailer haltet, drückt die Glocke, abonniert und vielleicht werdet ihr sogar Mitglied hier beim Kanal, das wäre super geil. Der Bombo sagt, reingehauen und wir hören uns dann bei dem nächsten Podcast, bei der nächsten Review, bei dem nächsten Livestream oder bei dem nächsten, was auch immer, bis dann, Peace.